so hallo und willkommen zurück wir sind in der park infopark wacht und wir suchen nach irgendetwas das wir nutzen können um vielleicht den kollegen zu heilen ich würde mal zu trinken brauchen klar ja außer außer du so 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 should should come in handy so 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 ob das war ich komme ich 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh So, jetzt holen wir mal die restliche Kleidung. Äh, ein Grad. Auch ein Grad. Ein Grad. Auch ein Grad. Die ist 98%, die ist 97%. Eigentlich beide in Ordnung, ne? Äh. 0,5. 0,1. Das bringt ja nix. So, 0,4, 0,5. Die müssen wir aber denkend reparieren. Wie sieht's mit den Schuhen aus? 2,1. 0,9. Bringe nix. Schuhe waren aber ganz. Handschuhe sind okay. Oh, den Pullover müssen wir reparieren. Und der ist okay. Die Jacke müssen wir reparieren. Die Jacke ist okay. Oh, da haben wir noch eine Mütze. 1,4. Auch 1,4. Ah ja, die bringt noch 0,9. Also ziehen wir die an. Und legen die ab. So, das heißt, wir haben hier 93%. Hier haben wir 94%. Soweit sind wir also gut gerüstet, würde ich mal so sagen. So, der Holzofen, der brennt auch noch eine ganze Weile. So, dann legen wir uns mal ins Bettchen. So. So, jetzt machen wir dringend was zu trinken. Wie sieht's mit Essen aus? Ja, Essen auch. Also kommt, dann nehmen wir noch mal eine Dose. Dann will die auch mal loswerden. So, dann können wir hier noch was von dem leckeren Krabbezeug. So, jetzt sind wir doch gut gerüstet. Aber wir sind auch immer überlastet. E-Mail noch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Gut, wir haben inzwischen drei Äxte dabei. Das ist natürlich viel. So, jetzt gucken wir, ob wir noch mal im Hellen, ob wir nicht irgendetwas übersehen haben. Dann sieht's haben wir. Wir haben auch noch mal Fäustläge gefunden. So, die haben nur 0,4. Die haben auch nur 0,4. Die sind aber schlechter intakt. Also, lassen wir so hier. Sprinten kann ich leider immer noch nicht. Jetzt hier noch mal durch. Salzgräcke gefunden. Das sieht ja ganz gut aus. Da sind wir jetzt eigentlich, würde ich sagen, recht gut ausgestattet. Nein, da gibt es Hütten am See. Ich stand da. Wir haben Schlüssel von der Hütte Nummer 3. Wir haben den Schlüssel. Aber wollen wir das jetzt schon kontrollieren? Das ist die Frage. Wir können ja mal hier über den See gucken. Das ist natürlich ganz schön off course. Weil wir müssen ja eigentlich da hin. Wir können ja links rum gehen. Das geht ja schon. Wir können wenigstens sehen, ob es da irgendwo noch eine Hütte gibt, die sich lohnt. Wir haben ja jetzt erstmal den Schlüssel nur für eine Hütte. Ah ja, da hinten sind mehrere Hütten, ja. Wir können ja jetzt noch ein paar Hütte gibt. Okay, hier sind definitiv mehr unten am Weg. Wir wissen ja, dass das relativ viel Fleisch gegeben hat, das können wir auch noch im Rückweg holen. 4 Kilo jetzt nochmal extra schleppen, das hat nicht wirklich Sinn. Die Hütten sind auf jeden Fall nicht in der Gegend, wo ich jetzt hinwüste. Schwer, wie ich es zu schleppen habe, würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal weiter. Boah, das ist echt ätzend. Das kann doch nicht sein, dass wir hier nichts wirklich ablegen können von dem ganzen Kram. Außer das Fleisch. Und das werde ich nicht ablegen, logischerweise. Tja. Ich weiß wie es ist. 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 Ich könnte hier nach links abkürzen, aber so schwer wie ich bin, hat das glaube ich nicht wirklich Sinn. Ich könnte hier nach links abkürzen, aber ich kann hier nach links abkürzen, aber ich kann hier nach links abkürzen. Aber der Berg ist definitiv so steil, so schwer wie ich bin, also da werden wir nicht drüber gehen, wir werden jetzt den Flusslauf folgen. Ah, da sind Hase, ok. Ah, da oben scheint auch ein Kadaver zu liegen. Ne, ich mag nicht noch mehr Fleisch. Danke für das Angebot, aber nein danke. In dem Fleisch muss ich ja gerade so schleppen. Oh, da geht der Fluss weiter. Ich kann eigentlich auch noch eine Dose wegkriegen. Jetzt mach ich die Axt. Axt, wo bist du? Ah, 10% oder so runter. So, komm wir schmeißen sie jetzt weg. Also, brauche ich. Ja, jedes Kilo zählt. Wir müssen quasi das Essen wegessen. Oh, wo ist das? Das ist eine Leiche. Es gibt so viele Leichen. Der ist echt merkwürdig da eingefroren. Tagebuch, Eintrag eines Straftäters. Sie haben mich zu den üblichen harten Fällen gesteckt. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Aber dieser Ort fühlt sich wie das Ende einer Straße an. Ich muss es irgendwie zurückschaffen. So einen schlimmen Sturm wie hier habe ich noch nie erlebt. Die Tage vergehen, der Wind bleibt. Sie haben uns weggesperrt, Paps. Haben uns hier eingefroren. Zu kalt zum Arbeiten. Ich sitze hier rum und blügele die ganze Zeit. Ich prüge über das nach, was ich getan habe. Sie sind flüge. Haben sie gekriegt. Was ist jetzt genau der Nachteil? Ich komme natürlich nicht richtig voran, weil ich einfach zu schwer bin. Ich kann aber nichts wegschweißen, weil ich nicht weiß, wenn ich es wieder bekomme. Also... Also... Ich bin ein Wunsch. Ich kann nicht viel. Ich bin ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch. Aber zumindest die Kälte kann man nichts mehr anhaben. So warm würde ich jetzt eingepackt. Was nützt mir das, wenn ich dafür aber nicht von der Stelle komme? Das ist die berühmte Frage. Ich glaube, das Symbol da oben bedeutet ja irgendwie Windstelle, weil man irgendwie ein Ort ist, wo man verwindgeschützt ist. Ich glaube, dass ich aber heute was schaffen gestart. Ich glaube, das ist die berühmte Frage. Von hinten ist, glaube ich, ein Hirsch. Aber wie gesagt, ich habe so viel Fleisch momentan dabei. Das macht momentan keinen Sinn. Das sind mehrere Hürsche. Also warum man jetzt, wo ich eine Waffe habe, werde ich bestimmt nicht. Wie gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm. Oh, das ist ein Häuser. Oh, das scheint ein Wohnwagen zu sein. Keine echte Häuser, oder? Oh, das ist ein Häuser. Oh, das ist ein Häuser. Oh, das ist ein Häuser. Ja. So, da sind wir jetzt gleich da. Ich würde sagen, da enden wir noch mal eine Folge. Bis gleich. Tschüss.